Sascha ist ein deutscher Popsänger. Seit 2002 ist er zudem mit einem Rockabilly-Projekt auch als die brave N.R. Buckbeats bekannt. Mit bislang acht veröffentlichten Alben hatte er eine Reihe von nationalen und internationalen Schad-Erfolgen. Seine Plattenverkäufe im In- und Ausland erzielten 17-mal Gold- und 6-mal Platin-Status. Er wurde unter anderem mit vier Eches, einem Bambi, einer goldene Kamera und dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Leben Sechas Mutter Ramona Schmitz, eine Erzieherin, lernte mit 17 Jahren den 18-jährigen Fritz Schmitz einen Bundeswehrkoch kennen, als ihre Schaustellerfamilie auf dem Hof von Schmitz' Eltern Winterquartier bezog. Nach der Geburt von Sascha heirateten seine Eltern und ließen sich nach kurzer Zeit wieder scheiden. Später zeugten sie Sechas vier Jahre jüngeren Bruder. Es folgte erneut eine kurze Ehe. Die Kinder wuchsen bei der Mutter auf. Von 2003 bis 2008 war Sascha mit Marta Jandova, der Liedsängerin der Rockband Die Happy Liiert, mit der er ab November 2005 im Hamburger Schanzenviertel lebte. Seit 2011 ist er mit Julia Röntgen zusammen. Das Paar heiratete am 31. Juli 2015 in Hamburg. Er führt nun den bürgerlichen Namen Röntgen Schmitz. Sechas Karriere als Musiker begann 1990 in einer Schulband namens Bato Aibon, die mit Coverversionen und Eigenkompositionen bei Kneipenauftritten und kleinen Konzerten im Kreis Soest erfolgreich war. Nach deren Auflösung gründete er 1992 mit einigen Freunden die Formation Jungfood. Die Einsendung eines Demobandes war erfolglos, jedoch blieb Sascha dem Produzenten Michael Kersting in der Nachbarstadt Well in Erinnerung. Man heuerte ihn als Backgroundsänger und später auch als Vokalpartner für die deutsche Rapperin Young Diney beim Song Wanna Be Your Lover an. Als sich zunehmend Erfolge einstellten, brach er sein Sport- und Germanistikstudium ab. 1996 brachte er unter dem Namen H.I.M. Die Single Lookin' Out 4 Luf und als Urpreis den Song Don't Go Away heraus. Der Durchbruch gelang Sascha 1998 mit dem Titel If You Belief, der sich über 500.000 Mal verkaufte und auch international erfolgreich war. Silvester 1998 trat er vor dem Brandenburger Tor in Berlin auf. Im Jahr 1999 gewann Sascha den Viva-Jugendpreiskomet in der Kategorie Bester Newcomer National sowie einen Bambi in der Kategorie Pop National. Im Jahr 2000 erhielt er einen Echo als Bester Newcomer. Im Dezember 2002 trat Sascha in seiner Funktion als UNICEF-Botschafter im Vatikan vor Papst Johannes Paul II. auf. Sascha arbeitet auch mit anderen Künstlern zusammen und singt dabei teilweise in deutscher Sprache. In den Vereinigten Staaten veröffentlicht er seine Tonträger unter dem Namen Sascha Alexander. 2001 nahm er mit Edu Zanki und Amp Friends den Titel Gib mir Musik auf. Im selben Jahr war er Teil des von Michael Mittermeier initiierten Projekts Mittermeier & Friends, für das er den Titel Elboro aufnahm. 2010 wirkte er mit Jan-Josef Liefers und Henning Weland als Feature-Künstler bei dem Titel Endloser Sommer auf dem Stefan-Wagershausen-Album so. Ist das Spiel mit? Den Titel Turn it into something special schrieb er für Dieter Wedels Fernsehserie Die Affäre Semmeling. Am 3. März 2006 erschien das Album Open Water. Hier hat Sascha mit diversen Songwritern aus Schweden, England und Deutschland zusammengearbeitet. Unter anderem mit dem H-Blocks-Mitglied Fabio Trentini sowie Robin Grubert am 1. Dezember 2006 erschien das Album Greatest Hits. Anlässlich seines 10-jährigen Bühnenjubiläums wurde Saschas erste eigene Fernsehshow Sascha Die Show eine Mischung aus Comedy und Musikshow. Am 3. Februar 2007 in Satt ausgestrahlt. Neben seiner Karriere im Musikgeschäft spielte Sascha 2007 in dem Kinofilm »Warum Männer nicht zu hören und Frauen schlecht anpacken« mit 2008. Übernahm Sascha in dem Film »Ossis Eleven« von Oliver Mielke eine größere Rolle. Zum Soundtrack des Films steuerte er unter dem Pseudonym »Nelson Rogas« zwei neue Songs bei. Für die Verfilmung der Jugendbuchreihe »Die Drei« mit dem Titel »Das Geheimnis der Geisterinsel« steuerte Sascha das Titel »Liedheit und Amp Sieg bei«. In der ProSieben-Comedy-Sendung »Tramitz und Amp Friends« war er in einigen Sketchen zu sehen. Im Februar 2009 erschien Saschas Album »Good News on a Bad Day«. Für den Film »Wiki und die starken Männer« nahm er gemeinsam mit Michael Herbig den Rockabilly-Titel für »I and Son« auf. 2014 nahm Sascha an der Sendereihe »Sing meinen Song« das Tauschkonzertteil, die in acht Folgen bei Vox ausgestrahlt wurde. Im Dezember 2014 erschien mit »The One« ein neues Album unter dem Namen Sascha. Es beinhaltet die Singles »Good Days« »The One« und »Enjoy the Ride«. 2016 arbeitet er als Coach in der vierten Staffel von »The Voice Kids« »Dick Brave and the Bud Beats«. Die Idee zur Kunstfigur Dick Brave kam Sascha Ende 2002, als er gerade eine Pause einlegte und dennoch für Freunde und Bekannte ein inoffizielles Weihnachtskonzert geben wollte. Aber nicht als Sascha, inspiriert von einem Plakat von »Nick Cave and the Bud Seats«, wurde der Name »Dick Brave and the Bud Beats« erfunden. Lange Zeit wurde offiziell nicht bekannt gegeben, dass Sascha hinter der Figur des »Dick Brave« steckt. Eigens für die Rolle wurde eine eigene Biografie ausgedacht. Dick Brave hat einen wiedererkennbaren Look, spricht stets gebrochen Deutsch und wird als »Canadier« ausgegeben. Als »Dick Brave and the Bud Beats« hat Sascha zusammen mit André Tolber, Adriano Bartolber, Mike Schott, Mike Skit, Felix Wiegand, Felix Hansen und Mattel Beigang, Mattel. Hansen 2004 DK Sekunden Rockabilly Album »Dick Eyes« veröffentlicht, auf dem unter anderem ein Popklassiker des Jahres 1961. »Take Good Care of My Baby« von Carol King und Gary Goffin neu aufgelegt wurde, das Album erreichte Platz 1 der deutschen Charts. Ein vorläufiges Abschiedskonzert von »Dick Brave« fand am 22. Dezember 2004 in der Dortmunder Westfalenhalle vor 10.000 Fans statt. Die Einnahmen des Konzerts wurden an wohltätige Einrichtungen gespendet. 2006 trat die Band bei der Hochzeit der Sängerin Pink mit Caray Hart auf. Am 6. Juni 2011 traten »Dick Brave and the Bud Beats« im Münchner Club ab A auf und kamen so erstmals seit langer Zeit wieder zurück auf die Bühne. Am 24. Juni 2011 gab »Dick Brave« vor ca. 8.000 Zuschauern auf der Kieler Woche ein »Stille Live« Konzert und gab am 2. Juli 2011 im Rahmen von »Rhein Kultur« vor etwa 160.000 Zuschauern sei. Comeback bekannt. Am 8. Oktober 2011 trat die Band bei der TV Total Stalker Crash Challenge 2011 mit ihrem neuen Lied »Just Can't Get Enough« auf. Das Stück ist auch auf dem am 14. Oktober 2011 erschienenen Album »Rock and Roll Therapy« enthalten. Bereits 2003 hatten »Dick Brave and the Bud Beats« an einer Veranstaltung von TV Total teilgenommen. Sie hatten bei der ersten Auflage der Vogue-WM in Winterberg den Vierer-Wettbewerb gewonnen. ProSieben zeigte am 13. Oktober 2011 die »Morgumentary Finding Brave«, in der sich Klaas Häufer-Umlauf in der fiktiven Handlung auf die Suche nach dem verschollenen »Dick Brave« begibt, während unter anderem Charlotte Rusch, Tim Melzer, Patrick Vomoyelle und E. Agavi zu Wort kommen, die den kanadischen Sänger jedoch für tot halten. Häufer-Umlauf findet in der kanadischen Wildnis einen verstörten »Dick Brave«. Seine lange Pause wird erklärt und »Dick Brave« wird für das Comeback vorbereitet. Am 3. Juni 2012 traten »Dick Brave and the Bud Beats« beim Festival »Rock am Ring« auf. Am 22. Juli 2012 auf dem Festival »Deichbrand« sowie am 17. August 2013 vor dem Brandenburger Tor anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der SPD. »Dick Brave« erhielt im April 2013 eine goldene Schallplatte für das Album »Rock and Roll Therapy«. Soziales Engagement 2003 nahm Sascha zusammen mit Nena, Jasmin Tabata bei Ben Udo Lindenberg. Helge Schneider und Joachim Witt den von Nena 1989 geschriebenen Titel »Wundergeschehen« neu für den Red Nose Day 2003 auf ProSieben auf. Am 7. Juli 2007 trat er in Hamburg bei Algos La Earth auf und am 22. August 2007 im Rahmen der Wassertage in Hamburg für Viva Con Agua. Seit 2008 spielt Sascha regelmäßig im Rahmen des Benefizspiels »Kicken mit Herz« im Team der FC St. Pauli Hamburg Hallstars. Seit August 2013 unterstützt er die Aktion »Schule ohne Rassismus« »Schule mit Courage« als Pate am Gymnasium Schwarzenbeck in Schleswig-Holstein. Diskografie Auszug aus den Veröffentlichungen von Sascha Studioalben Filmografie 2007 Warum Männer nicht zu hören und Frauen schlecht einpacken 2008 Ossis Eleven 2010 C.I.S. Chaoten im Sondereinsatz 2011 Heiter bis tödlich Hubert und M. Staller 2011 Finding Brave Art True Story 2012 Das Hochzeitsvideo 2013 Bulli macht Buddy Wichtige Auszeichnungen Echopop 2000 2000 in der Kategorie »Newcomer National« 2002 in der Kategorie »Videoclip National« 2004 in der Kategorie »Best Artist« 2015 in der Kategorie »Partner des Jahres« Bambi 1999 in der Kategorie »Pop National« Goldene Kamera 2001 in der Kategorie »Pop National« Deutscher Fernsehpreis 2014 für »Reihe« Beste Unterhaltung »Show« Radio Regenbogen Award 2001 in der Kategorie »Pop National« RSH Gold 1999 Erfolgreichster deutschsprachig produzierter Newcomer des Jahres 1998 Einzelbe Krone 2000 in der Kategorie »Bester Künstler« 2001 in der Kategorie »Bester Künstler« 2002 in der Kategorie »Bester Künstler« Bravo Otto 1998 Silber in der Kategorie »Sänger« 1999 Silber in der Kategorie »Sänger« 2000 Gold in der Kategorie »Sänger« 2001 Silber in der Kategorie »Sänger« Komet 1999 in der Kategorie »Newcomer National« 2004 in der Kategorie »Künstler« DVD Champion 2004 in der Kategorie »Artistik Achievement Award« Goldene Europa 1999 in der Kategorie »Newcomer National« IFPI Platinum Europe Awards »2001 X Platin« Goldeneabord Purt – D basically »Bester Künstler« Untertitelung des ZDF, 2020